moin moin und willkommen zu diesem spiel shakfu a legend reborn das habe ich umsonst bekommen da ich ein early adopter war von nba underground playground so naja ich dachte ich schaue es mir mal an für lau nimmt man es gerne mit und mal rein die ladezeiten habe ich euch gezeigt der erste spiel einfach mega lang also wirklich hat bestimmt zwei drei minuten braucht überhaupt das spiel zu starten gut wir fangen an hier ist keine ahnung was uns erwartet einfach steigende selbst achtung normal machen wenn er probiere eine combo aus einfach angriffen und plus größe 50 angriff aus ein guter beat ne uuuh uuuh wird zu fahren auf der pullis drücker arm fortzufahren ok mein story ist convoluted und full of holes so pay attention es beginnt in the land of dragons legends in general souls chicken und wiederum ich bin ich bin wie eine andere chinese orphan die einzige klinik zu meinem identität war eine mysteriöse birthmark Meine Mutter nannte mich Shaquille und hat mich als ihre eigene. Aber als die Jahre ging, ich wurde wie ein wildes Bamboo auf der Sonnenstelle von Mount Xing-Shing. Ich wurde bullied, alienated, tormented, all wegen meiner Größe. Dance, Sasquatch! Ich hatte keine Freunde, aber ein Mann war, ein Village Eldor, ein Mann war, ein Mann, der Ye-Ye. Die Kinder sind einfach jealous, weil du so großartig bist. Ich meine, deine Teufel müssen größer als ihre Hände sein. Deine Fein müssen die Größe sein. Ich verstehe. Es gibt großartig Macht in dir, Shaquille. Du musst mit großartig Strain. Er hat mich in die ancient fighting technique von Ruche. Und ich wurde ein Master. Shaquille, ein Zeitpunkt wird bald kommen, wenn deine Kraft wird geholfen. Wenn? Ja, genau jetzt! Was ist der Name von Ruche-Foen-Shin? Ich habe es erklärt, aber wir müssen hurry. Ich bin Sean, wir müssen gehen. Lauf schon mal bis hin. X um zu springen. Okay. Die Bewegung ist sehr gut. Die Steuerung ist auch sehr gut. Oh nein, ich wollte gleich die Ego springen. Entschuldigung. Um Asche zu versohlen. Okay. Seid ihr? Oh, er kriegt alles. Ah, komm her hier. Spinner. Oh. Damn, das fühlt sich gut. Warum diese Leute wollen dich töten? Ich bin nicht der Mann, du denkst, ich bin. Ich wusste es. Du hast? Ich habe dich schauen, wenn ich sie hochkirchen. Oh, was? Nein, ich habe nur die Technik. Ah! Oh, das ist es. Oh! 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 Die Moves hat er jetzt nicht grad drauf. Jetzt noch besser. Steh mich auf, Shaq! Ich versuche diesen Freak-Bastards ein Kombos-Sandwich. Bereiten? Warum ist es schon an Kombos auf? Machen wir mal. Oh, komm her. Hier los. Ah, ab in Heft und Tritt. Oh Mist, ich hab mein Kombo versaut. Oh, ich hab die Skills. Das ist, warum du mich hast, du rickshaw. Um die Moves zu erlangen? Die Moves. Was war der Mann-Kund? Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Oh. Oh. Okay. Was ist die denn? So eine Transe. Oh. Ah, okay. Oh, hit that. Okay, dann müssen wir schon aufpassen, ja? Ich hänge fest. Ich zerschlage alles in der Gegend, um Energie aufzubauen, okay? Ich liebe Krigs. Huh? Es ist Zeit, dass du mein Geheimnis wusste. Ich habe in dein Browser-History gesehen. Ein paar Dinge sind besser gesagt. Was? Nein, ich legte mein Computer an einen Mann zu arbeiten. Das ist nicht alles. Shaq, ich bin ein Guardian der Menschheit. Was? Schau raus! Was ist da? Wow, Roundhouse Kick. Das ist Zeit. Gehen los. Rockets? Where are they coming from? Oh, ich erinnere. Ich erzähle euch auf Level 5. Was? So, Spaß. Was? 일айтесь. being gu Enough! Nee, was etwas passiert erfolgreichhiers niż sie bitte? Muss auch beim機會! Fallか! Oh, ich dachte bitte! Oh, jetzt bin ich finde ich gleich. Oh, jetzt bin ich die Polizei. Ja Ja Missed Ah, finde ich nicht so gut. Ich bin auch nicht hier. Ich bin auch nicht hier. Ist das denn schon was? So. So ein Hayopai, okay. 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 Warum stehst du los, wenn die schlechten Leute aufstehen? Wir haben nicht genug Geld auf Indiegogo für meine Analyse. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht, was man hier hat. 1005 Leben, super. Er hat nicht so viele Animationen dafür. Es ist Zeit, um die Erde mit ihrer inneren Essens zu schlagen. Ah, jetzt geht es aber runter. Das war schön. Absorb die blaue Energie, Jack. Back in the game. Okay, er hat eine Energie aufbauen. Warte. Er macht aber so eine Fandschatt wie Oberlitz. Man macht aber so eine Fandschatt wie Oberlitz. Okay, jetzt nehmen wir es weiter. Das war eine Energie voll hier. Okay. So. Auch manche Felder. Da braucht man. Ja, du do! Altsam! Sweet! Ah, da muss ich drauf gehen, da drüben. Eieiei. Boah. Wo wird's gemacht? Kontrollprojekt. Oh, jetzt kommt Boss. Filmsequenz. Oh oh. Und bin mal gespannt. Kleiner Bosskampf. Oh. Okay now. Oh. 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 Oh, ich schaffe dich, das ist mir nicht mehr. Oh, ja, danke. Okay, aufpassen wir. Oh, die Fallschirrlichtung. Egal, ich verlass den. Oh, die Zwischensequenzen sind so ein bisschen low-rest, ne? The God of Death? Well, Guan Yu is his Chief Lieutenant. I don't remember Avenger or Ghostbuster being this complicated. Oh, da geht's. Noch nicht viel Energie, ne? Warte mal hier. Checkpoint. Warte mal hier. Warte mal hier. Ja, es geht ja. Warte mal hier. Oh, geht's, C-Stil. Bist du, hier in der Bordasiv. Warte mal hier. Oh, ihr spartens. So, halt. BAM! Das sind echt so kleine Ablanger hier alle, oder? Was ist die denn? Ich habe mein Herz und mein Herz in das, du bästard! Hurry, mein Gehirn! Stop, ich helfe! Das ist meine Magik! Zwei von dem Spann? Oh missed. Ok. Missed. Ah, ist auf der einen, aber okay. So. Es ist ein Landhaus, Kicke. Oh, okay. 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 Ok. So. Es ist ein Landhaus, Kicke. Wie Chuck-Noah-Style. So gefällt es mir schon besser. Okay. Okay. Come back. I'll take that. Sleeve the fury. Lights out. I'm going to put this to better you. I'll take that. I'll take that. I'll take that. So. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass der so zuschlagen kann. Ich weiß nicht, dass der solle Schraub ist, aber ich weiß nicht, dass der solle Schraub ist. Gehen! Oh? Oh, du Spaß. Was ist das? Was ist das? Ich habe transformative Potionen über deiner Reise gelegt. Hey, do not forsake them. Your urine will not be tested. Na gut. Das ist alles gut. Shit, Diesel. Hell yes, I'm a Diesel engine. Come get some! Nice! Now, higher! Oh, higher! Oh, higher! Oh! Oh! Oh, oh! Alter, he... ...klapp! Yeah! Oh! 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 Wow! Oh! 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 Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, du Chorbarer da hier. Oh! 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 Oh, oh! Das ist gut. Why the hell is the Chinatown in China? Did they get that one up? Oh nein, ich hatte die Kapi aufgefasst. Okay, ich hatte eine kleine Runde. Oh nein, ich hatte eine kleine Runde, ich hatte eine kleine Runde, ich hatte eine kleine Runde. Okay, jetzt geht's up. Okay, jetzt geht's. Okay. 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 Gold Bond. A Gold Bond that has connected our secret order for generations. Gold Bond. Why do you keep saying Gold Bond? I get paid every time I say Gold Bond. Gold Bond. Gold Bond. Gold Bond. Yeah, yeah. Focus. Right. Shaq, you are our only hope. Now, do not fail me. First, baby face must die. Gold Bond. Nooooooooooo. Level Bandit, okay. Ja, mal sehen, ob das ein Let's Play wert oder nicht. Schreibt es mir nämlich runter in die Kommentare. Ich habe es jetzt mal so gespielt, um zu sehen, ob es wie es ist. Es war umsonst, also von daher. Ja, sagt mir Bescheid und bis dahin. Tschüss. ENDE ENDE